Fotoshooting für die neue Ausgabe der Promenade. Die Firma Pilzland Feinkost aus Fisberg-Rechterfeld hat uns hierfür eine Vielfalt an Produkten zur Verfügung gestellt. Gemeinsam mit den Köchen Dieter Evers und Thorsten Grothüß vom Gasthof Evers in Lüsche wurde daraus ein Drei-Gänge-Menü gezaubert. Anbraten, Abschmecken und Anrichten. Zu jedem Kochschritt gab es direkt den passenden Tipp vom Profi. So gelingt ein leckeres Essen. Verschiedene Texturen und Sorten, mal roh mariniert oder frittiert. Die unterschiedlichen Pilzsorten wurden als schmackhafte Beilage zu den Gerichten serviert. Die Rezepte gibt es in der neuen Promenade. Das Magazin ist ab dem 24. März in den Filialen der Münsterländischen Tageszeitung, der Oldenburgischen Volkszeitung als Print-Abo oder auch kostenlos als E-Paper erhältlich.